Hallöchen und herzlich willkommen zurück in Alice Albtraum. Aus irgendwelchen Gründen... Ja, okay, jetzt geht's. Ähm, ja, wir sind wieder zurück in der grausigen Realität und müssen jetzt mal sehen, was uns hier so als nächstes erwartet. Wir sind mit der guten, ich hab vergessen, wie sie heißt, hier hingefahren und, ähm, jetzt schauen wir uns hier mal auf diesem doch etwas einsam anmutenden Parkplatz, wollte ich gerade sagen, ähm, Marktplatz rum und die Musik ist gerade irgendwie total cool. Schauen wir doch mal, was wir hier so sehen. Was wird hier verkauft? Käse. Der sieht aber auch irgendwie nicht mehr so ganz frisch aus. Der hier hat irgendwie gar nichts einfach. Der stellt einfach nur seine wunderschöne Nase zur Schau. Fünf Minuten angucken. Fünf Dollar oder so. Ne, Pfund. Ah, das ist das Main Theme von dem Spiel in, äh, lustiger Spielschatullen-Version. Der hat auch so eine krasse Nase, der Typ. Oh Mann. Okay, wir laufen mal weiter. Na, Ohren aufgesperrt? Jo, hab mich umgetan. Momentan nichts zu machen. Wimmelt nur so vor Polypen da seit den dreckigen Morden. Wer war's denn? Wenn du sowas wissen willst, dann frag jemand anderen. Ist da heute jemand empfindlich? Bin doch nicht dein Hündchen. Kannst selber scheiß Laufbursche spielen. Hm. Wieder ein sehr gepflegter Umgangston, so wie immer in diesem Spiel. Dann wollen wir doch mal schauen. Sieht alles sehr ausgestorben aus hier gerade. Oh. Ah, schade, wir können nicht springen, sonst wäre ich jetzt einfach mal total, ähm, taktvoll auf diesem Sarg rumgetanzt, aber das geht wohl nicht. Schade. Ja, klappern wir erstmal die Richtung hier ab. Dafür würde ich Ihnen höchstens die Hand schöpfen, Sir. Angesichts der Qualität der Ware erscheint mir das Angebot mehr als großzügig. Sie wissen mit Frauenherzen umzugehen, was? Und wenn Sie Ihre Börse nicht ein wenig weiter öffnen, ist das auch alles, mit dem Sie umgehen. Wir werden uns sicher einig. Du würdest mehr verdienen, wenn du weniger reden würdest. Meine Lüften sind versiegelt. Aber nein, Schätzchen, das wäre gar nicht gut. Ja. Er spart uns bitte weitere Details. So. Die haben auch irgendwie komischerweise alle die gleichen Kleider an, die Huren hier. Ich finde ja diese Schirmkleider so lustig aus der Zeit. Huch. Okay. Was steht da? Rüften. Oh, es war sehr dunkel gerade. Ich konnte es irgendwie gerade gar nicht lesen. Ich will da noch gar nicht rein. Eigentlich wollte ich noch in die andere Richtung gucken. Ja, wer ist da? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen. Okay. Ich glaube, wir können jetzt nicht wieder zurück. Schade. Oder? Können wir wieder raus vielleicht? Nee. Okay, dann eben nicht. Dann gucken wir uns hier drinnen ein bisschen um. X drücken. Eine alte Schriftrolle. Wo denn eigentlich? Aus Pergament mit Zeichen aus indischer Tinte. Redcliffe meint Chinesen erfanden diese Tinte durch Mischen von Ruß, Lampenöl, Esel, Haut, Gelatine und Moschus. Er weiß er weiß erstaunliche Dinge. Er weiß erstaunliche Dinge. Ja, wahrscheinlich auch ziemlich teuer, solche Tinte. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. So, was haben wir hier? So, was haben wir hier? Ein Studierzimmer oder sowas? Upsala. Alice tanzt direkt wieder auf den Tisch rum. Ein Zylinder liegt hier noch rum. Wie cool die Musik gerade ist. Es ist wirklich... Wirklich schön. Aber ich vermute mal, es wird nicht so... Ja, okay. Das hatten wir schon. Es wird wohl nicht so friedlich bleiben. Gehen wir mal nach oben. Ups. Redcliffe, der aus spannendem Dröges machen kann, sagte, die gebogene Klinge sei ein... Meitu Katana des 16. Jahrhunderts und die kürzere Einwaki Zashi, beides Samurai-Waffen. Der Typ scheint echt wohlhabend zu sein. Mein lieber... Herr... Gesangs... Idiot. Ähm... Xwande Porzellan, meint Mr. Redcliffe, ist der Höhepunkt der Ming-Dynastie. Die wunderschöne Formen, die besten Farben und die dekoriertesten Dekors. Ich finde diese Vasen ja immer schon fürchterlich hässlich. Auch schon alleine diese Farbkombination, dieses Porzellan mit diesem Blau. Ich mag das irgendwie gar nicht. Ich mag das auch nicht bei, ähm... Ja, bei Tellern. Wie heißt das? Bei Geschirr, genau. Das Zeug, das ich nie benutze. Ähm... Weiter geht's. Da ist er ja. Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Hw. Beleidigt wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das einzige, worüber dieses Verrückte gehört sprechen. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe rumstieß. Eltern und Schwestern wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lissi schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromache mehr. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychonische Schuhe. Habe ich ihm den Kopf abgerissen? Ich wollte es. Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Was? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Jetzt, ich habe gerade so ein bisschen eine Gänsehaut. Das Haus steht eigentlich leer. Und sie hat sich das gerade nur eingebildet? Oder das ist wahrscheinlich so eine Art Rückblende gerade gewesen? Ist ja krass. Okay. Alle bewegliche Habe verschwunden, nichts als Staub, Flecken und Tabak gestank. Keine Spur vom Bericht des Leichenbeschauers, geschweige denn vom Kaninchen. Verdammt. Okay, er hat ihr also ihr Kuscheltier gestohlen. Warum auch immer. Das ist ein bisschen komisch. Warum sollte er es ihr nicht wiedergegeben haben? Beziehungsweise warum sollte er es überhaupt haben? Das hat doch bestimmt auch irgendeine symbolische Bewandtnis. Okay, er hat ihr also eingeredet oder hat so ein bisschen behauptet, dass sie Mitschuld trägt. Beziehungsweise hat er sie sogar komplett beschuldigt an dem Unglück. Erst war es die Katze. Was eine ziemlich coole Erklärung dafür ist eigentlich, dass die Grinsekatze so eine große Rolle spielt in Alice-Fantasiewelt. Und jetzt, beziehungsweise später, hat er ihr dann sogar eingeredet, dass sie selbst schuld ist. Die Sperre hält ungewünschte Gäste ab. Legt nahe, dass er schlecht verkauft hat. Hä? Gerade erst weg. Schnell. Hier kann ich nicht durch. Aber ich erinnere mich, dass es eine Hintertür zur Gasse gibt. Aha. Gerade erst weg? Hm. Okay. Dann müssen wir diese Hintertür wohl finden. Bäh. Wenn ich nur nicht überall hängenbleiben würde. Ähm. Hier ist ja auch die Tür. Es schneit draußen. Hat es... Aber eben hat es doch noch nicht geschneit. Komisch. Alles höchst seltsam. Okay. Gab es oben nicht noch ein anderes Zimmer? Das war doch nicht das einzige. Nee. Das ist aber das einzige, das offen ist. Okay. Gut. Gehen wir runter. Und durch die Hintertür. Hier scheint ja nichts mehr zu sein. Okay. Wir sind in einem... Eine Art Innenhof. Das ist doch schon wieder komisch. Das muss... Sie muss doch schon wieder was vermischen gerade. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es diese Figur wirklich gibt und dass sie in einer Schneekugel irgendwo rumsteht? Das riecht doch schon wieder nach Einbildung. Finde ich mal. Na gut, wir gucken weiter. Ja. Ja... Okay. Tod und Zerstörung und so. Alice, du scheinst sehr instabil zu werden. Da ist der Zug wieder. Und wir sind wieder im Wunderland. Dieser verfluchte Verfall. Er zerstört das ganze Wunderland. Suchst du Zuflucht vor der bösen Welt? Vielleicht sehen die Dinge nur so aus, als wären sie die Hölle. Du bist kein guter Lügner. Und ich bin längst nicht so dumm. Aber eine etwas weniger katastrophale Welt wäre angenehm gewesen. Dieses komplette Desaster ist dein Werk und es wird noch schlimmer. Dein Zug folgt deinem höllischen Fahrplan. Tu etwas. Zeit wartet nicht. Die Veränderung hat eingesetzt. Dieser Zug versetzt mich in Angst und Schrecken, Katze. Such dir eine andere Aufgabe. Gibt es wirklich so wenig Hoffnung? Noch viel weniger. Und wenn die Angst dich lähmt, sind wir verloren. Okay. Ja gut, das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder mal feiden. Und direkt wieder so ein blödes Viech. Ich freue mich. Ich muss gerade erst mal wieder die Steuerung rauskriegen. Mir ist es jedes Mal dasselbe. Es tut mir leid. Es ist ein Gasproblem, wenn man halt... Was war das denn? Eine längere Pause macht zwischen den Spiel-Sessions. Wie er sich immer noch die Hände vors Gesicht hält. Okay, wir werfen mal eine Bombe. Okay, jetzt... Nee, immer noch nicht. Okay. Wir müssen warten, bis er seine Hände nicht mehr vors Gesicht hält. Und wir ihn wieder angreifen können. Nee, das geht immer noch nicht. Ja. Irgendwie ist der nicht so kontaktfreudig. Der hält sich gerne einfach nur die Hände vors Gesicht die ganze Zeit. Voll der Soziophobe und so. Boah. Okay. Junge. Was sollen wir denn jetzt tun? Vielleicht müssen wir auch einfach wieder mit dem... Ja. Okay, wir haben die Hand abgehackt. Boah, ich glaube, ich verstehe gerade zum ersten Mal, dass man dem die Hand erst... weghacken muss. Das ist schon ein bisschen peinlich, dass ich das erst nach der Hälfte des Spiels checke. Aber egal. Ähm... Wo... Okay. Warte mal, die Kampfmusik ist noch gar nicht vorbei. Haben wir noch irgendwas verpasst? Oder ist das hier einfach... Okay, das scheint hier einfach nur Atmung zu sein. Das hier sieht irgendwie nach... ...der... ...Raupe aus. Ich bin gespannt. Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem ersten Schritt. Ein Schritt von der London Bridge könnte meine Reise beenden. Versagen als dein Vermächtnis? Ich hoffe, du seist mutiger. Mit anderen Worten, sie überlegt sich rumzubringen. Oh Gott, das wäre natürlich... Das kann natürlich irgendwie Nies in der Sache sein hier. Mensch Alice, so viel, wie wir schon erlebt haben zusammen. Und jetzt willst du einfach auf... Oh. Jetzt willst du einfach aufgeben. Das kannst du uns doch nicht antun. Wir waren doch so ein gutes Team. Scheiße. Okay, ich nehme es zurück. Eigentlich habe ich dich gerade nur in den Tod geschickt. Okay. Und die Folge ist auch schon zu Ende. In der nächsten Folge schauen wir uns dann hier in diesem... ...Tot und Verderben-Viertel von Wunderland etwas genauer um. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.